Voyage to go History. Der Weg war das Ziel, dabei sein war alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zur 14. Folge meines historischen Reisepodcasts Voyage to go History, mit dem ich euch mitnehme auf die abenteuerlichsten Reisen, die uns aus der Vergangenheit überliefert sind und die unseren Blick auf die Welt bis heute bestimmen. In der Geschichte, die ich euch erzähle, reisen wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem jungen Georg Forster auf dem Segelschiff Resolution unter dem Kommando von Captain Cook in die Südsee und um die Welt. Derzeit ankert die HMS Resolution vor der Südinsel von Neuseeland. Georgs Vater sollte auf Wunsch der britischen Admiralität an der zweiten Südseereise von James Cook teilnehmen, einen wissenschaftlichen Bericht über die Reise schreiben und ihn nach der Rückkehr veröffentlichen. Der Vater stimmte zu unter der Bedingung, dass sein erst 17-jähriger Sohn Georg als Zeichner und wissenschaftlicher Assistent mitkommen durfte. Nach mehr als drei Jahren kehrten sie von dieser Reise zurück. Georgs Reisebericht gilt nicht nur als Anfang der modernen deutschen Reiseliteratur. Er hatte auch großen Einfluss auf Alexander von Humboldt, der Forster als sein Vorbild bezeichnete und ihn auf mehreren Reisen begleitete. Außerdem beeinflusste er viele spätere Ethnologen. Seine Reiseerzählung ist im Deutsch von Goethe geschrieben. Um es verständlicher zu machen, habe ich es weitgehend in heutiges Deutsch übertragen. Georg Forsters Wissen stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deshalb wird uns im Voyage to Go History Podcast ein KI-Erzähler zusätzliche Informationen und Hilfestellungen geben. In der letzten Folge ankerte die HMS Resolution weiter vor Neuseelands Südinsel. Als die Abenteurer während der Entenjagd im Wald ihre Gewehre abfeuerten, brach plötzlich rings um sie her geschreilos und sie mussten flüchten. Kurz darauf stießen sie auf weitere eingeborene Neuseeländer und tauschten Geschenke aus. Während des Kennenlernens bemerkte Georg Forster die allgemeingültigen Zeichen für Frieden und Freundschaft unter allen Völkern. Später brachten die Offiziere einem Eingeborenen das Schießen bei. Doch insgeheim fürchten die Europäer, dass die Neuseeländer ihre geschenkten Metallwerkzeuge für einen Krieg gegeneinander verwenden werden. Freitag, 23. April, Daski Bay, Neuseeland. Früh machten sich verschiedene Offiziere zusammen mit Dr. Sparmann auf den Weg zur Kaskadebucht, um dort einen der höchsten Berge in der gesamten Bucht zu besteigen. Um zwei Uhr erreichten sie den Gipfel und signalisierten dem Schiff dies, indem sie ein großes Feuer entzündeten. Georg und sein Vater hätten sie gerne begleitet, aber Magen-Darm-Beschwerden hielten sie am Schiff zurück. Beides war auf die Fahrlässigkeit des Kochs zurückzuführen, der zugelassen hatte, dass ihr kupferndes Kochgeschirr vollständig mit Grünspan überzogen war. Gegen Abend fühlten sie sich jedoch wieder so viel besser, dass sie ihren Landgängern bis zur Kaskadebucht entgegengehen konnten und kamen dann beladen mit verschiedenen Pflanzen und Vögeln in ihrer Gesellschaft zurück zum Schiff. In der Zwischenzeit hatte das als signalentzündete Feuer auf dem Berggipfel das umliegende Gestrüpp ergriffen und sich zu einem Feuerring um den Gipfel ausgebreitet, was eine schöne Illumination für das heutige Georgenfest ergab. Das Georgenfest, auch bekannt als Georgstag oder Sankt Georgstag, wird am 23. April gefeiert. Es ist ein christliches Fest zu Ehren des heiligen Georgs, eines der bekanntesten Heiligen der christlichen Tradition. Sankt Georg wird oft als Drachentüter dargestellt und ist der Schutzpatron vieler Gruppen, darunter Ritter, Soldaten und Pfadfinder. Das Fest wird in verschiedenen Ländern und Regionen auf unterschiedliche Weise gefeiert, oft mit Prozessionen, Gottesdiensten und Festlichkeiten. Für Georg Forster ist es der Namenstag. Die Wanderer, die vom Berg zurückgekehrt waren, berichteten, dass man von der Höhe aus die gesamte Bucht und das Meer jenseits der Berge in südlicher, südwestlicher und nordwestlicher Richtung über 20 Seemeilen weit überblicken konnte, wozu das heutige klare und schöne Wetter außergewöhnlich behilflich gewesen sei. Die Berge im Landesinneren schienen sehr unfruchtbar zu sein, da sie aus großen, wilden Felsmassen bestanden und mit Schnee bedeckt waren. Aber auf dem Gipfel des Berges, den sie bestiegen hatten, gab es allerlei kleine Sträucher und Bergkräuter, die sonst nirgendwo zu finden waren. Ein wenig tiefer stand höheres Gebüsch. Noch weiter unten fanden sie eine Stelle, an der alle Bäume abgestorben waren und dann begann ein grüner Wald, der umso höher und schöner wurde, je weiter sie hinabkamen. Das Hinaufklettern war wegen der verwickelten Schlingpflanzen und Dornen mühsam gewesen. Das Herabsteigen aber war wegen der Abgründe gefährlich, denn sie mussten größtenteils hinabrutschen und versuchen, sich an Bäumen und Büschen festzuhalten. Ziemlich weit oben auf dem Berg fanden sie drei bis vier Bäume, die ihnen wie Palmen erschienen. Von diesen fällten sie eine und ließen sich den mittleren Spross zur Erfrischung dienen. Diese Bäume gehörten jedoch nicht zu den echten Kohlpalmen, sondern eigentlich handelte es sich um eine neue Art von Drachenbaum mit breiten Blättern, von denen sie später noch mehrere in dieser Bucht fanden und deren Spross, solange er zart ist, ungefähr wie einem Mandel schmeckt, jedoch etwas kohlartig. Am folgenden Morgen begleitete sie Captain Cook zu einer Bucht an der nordwestlichen Seite der Bucht, die wegen ihres dortigen Vorhabens die Gänsebucht genannt wurde. Sie hatten noch fünf lebende Gänse übrig, die sie vom Kap der guten Hoffnung mitgenommen hatten und planten, sie in Neuseeland auszusetzen, damit sie sich dort vermehren und verwildern konnten. Dafür schien ihnen diese Bucht am geeignetsten, denn es gab dort keine Einwohner, aber reichlich Futter. Sie setzten die Gänse also ans Ufer und sprachen zum Besten künftiger Seefahrer und Bewohner von Neuseeland das Gebot aus, seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die Erde. Sobald die Vögel an Land waren, liefen sie dem Schlamm ihrem Futter nach und werden zweifellos in diesem abgelegenen Winkel gut gedeihen und sich hoffentlich im Laufe der Zeit gemäß Kapitän Cooks Plan über das ganze Land verbreiten. Den Rest des Tages verbrachten sie mit Vogelschießen und erlegten unter anderem einen weißen Reiher, wie er in Europa üblich ist. Sonntag, 25. April, Dusky Bay. Die Vorteile einer zivilisierten Gesellschaft gegenüber dem rohen Zustand des Menschen wurden durch nichts deutlicher als durch die Veränderungen und Verbesserungen, die in dieser Bucht vorgenommen wurden. Innerhalb weniger Tage hatten einige ihrer Leute das Holz von mehr als einem Morgen Land weggeschafft, was 50 Neuseeländer mit ihren steinenden Werkzeugen in drei Monaten nicht hätten erreichen können. Den öden und wilden Ort, an dem sonst unzählige Pflanzen sich selbst überlassen wuchsen und wieder vergingen, hatten sie in eine lebendige Gegend verwandelt, in der 120 Männer ununterbrochen auf verschiedene Weise beschäftigt waren. Sie fällten Holz für die Zimmerarbeiten, das ohne ihr Zutun durch Zeit und Alter umgestürzt und verfault wäre, und ihre Brettschneider schnitten daraus Planken oder hackten es zu Brennholz. Hier am fließenden Bach, den sie so umgeleitet hatten, dass er leichter ins Meer fließt, arbeiteten ihre Fassmacher daran, viele neue oder reparierte Fässer herzustellen, die später mit Wasser gefüllt werden sollten. Daneben dampfte ein großer Kessel, in dem aus fremdländischen, bisher unbeachteten Pflanzen ein gesundes, wohlschmeckendes Getränk für ihre Arbeiter gebraut wurde. Nicht weit entfernt kochten ihre Leute ausgezeichneten Fisch für ihre Kameraden, die teilweise an den Außenseiten und Masten des Schiffes arbeiteten, um es zu reinigen, zu kalfatern und das Tauwerk wieder instand zu setzen. Kalfatern ist ein nautischer Begriff, der das Abdichten von Nähten, Fugen oder Spalten in einem Schiffsrumpf oder Deck mit Hilfe von Dichtungsmaterialien wie Tier, Hanf oder Kitt beschreibt. Diese Technik wird angewendet, um das Eindringen von Wasser in das Schiff zu verhindern und die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. In dieser Gegend gab es viele verschiedene Arbeiten, die zu hören waren. Man hörte das Geräusch von Werkzeugen und das Echo der Hammerschläge aus der Schmiede, die vom benachbarten Berg wiederhalten. Sogar die Kunst und die Wissenschaften blühten in dieser neuen Siedlung auf. Georg zeichnete hier die Tiere und Pflanzen des unberührten Waldes. Die romantische Landschaft wurde mit lebhaften Farben dargestellt. Es gab auch eine Sternwarte mit den besten Instrumenten, wo die Astronomen die Sterne beobachteten. Die Gelehrten untersuchten die Pflanzen und Tiere und erforschten ihren Nutzen. Überall sah man Kunst und Wissenschaft in einem Land erblühen, das früher von Unwissenheit und Primitivität geprägt war. Aber diese positive Entwicklung war nur von kurzer Dauer. Bald verschwand sie wieder. Sie nahmen ihre Werkzeuge und Instrumente wieder mit und hinterließen nur ein Stück Land, das von Bäumen befreit war. Obwohl sie viele Pflanzen gesät hatten, würde das Unkraut bald alles überwuchern. In einigen Jahren würde der Ort ihres Aufenthalts nicht mehr zu erkennen sein und wieder so wild sein, wie zuvor. So ist das Schicksal der Welt. Egal wie lange Kultur und Fortschritt dauern, letztendlich ändert es nichts an der unausweichlichen Zukunft. Das schöne Wetter, das nun voller acht Tage hintereinander gehalten hatte, war nun zu Ende. Es begann abends zu regnen und regnete ununterbrochen bis zum folgenden Mittag. Wahrscheinlich ist das gute Wetter in der Dusky Bay, insbesondere zu dieser Jahreszeit, selten so anhaltend, zumindest blieb es weder vorher noch nachher jemals zwei Tage hintereinander schön. Daher hatten die Seereisenden sich auch darauf eingestellt und diese Zeit genutzt, um ihre Holz- und Wasserreserven zu ergänzen, sowie das Schiff wieder segelfertig zu machen. Alle ihre Matrosen versammelten sich an Bord, die Brücke zum Schiff wurde abgeworfen und sie manövrierten sich aus ihrem Winkel nahe am Ufer mitten in die Bucht heraus, um bei gutem Wetter abzusegeln. Ein Ergebnis ihrer astronomischen Untersuchung zitiert Georg aus dem Tagebuch von Kapitän James Cook. Die Sternwarte, die wir in Pickersgill-Haven errichtet hatten, befand sich unter 45 Grad 47 Minuten 26,5 Sekunden südlicher Breite und 166 Grad 18 Minuten östlicher Länge von Greenwich. Hier stellte sich heraus, dass Kendalls Längenuhr 1,48 Grad weniger als die wahre Länge anzeigte. Am Kap der guten Hoffnung hatte Candles Uhr erstaunlicherweise die wahre Länge bis auf eine Minute genau angezeigt, wie die Herren Mason und Dixon sie dort astronomisch beobachtet und berechnet hatten. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Uhren nicht immer gleichmäßig liefen und daher musste an jedem Ort, den wir anliefen, Beobachtungen gemacht werden, um ihren wahren Gang zu bestimmen. Die Uhr von Kendall war eine Marine-Chronometer-Uhr, die von dem britischen Uhrmacher Thomas Matsch hergestellt wurde. Sie wurde im 18. Jahrhundert entwickelt und von Seeleuten, insbesondere von Kapitän James Cook, verwendet, um genaue Zeitmessungen während ihrer Reisen auf See durchzuführen. Durch die genaue Zeitmessung konnten sie den Leningrad bestimmen, indem sie die Ortszeit mit der Zeit am Ausgangspunkt verglichen. Schon am 27. April hatte man eine neue Ausfahrt in die See Richtung Norden entdeckt. Und da diese bequemer zu passieren war als die, durch die sie in die Bucht eingelaufen waren, planten sie, sie zu nutzen. Am 29. April nachmittags hoben sie den Anker, um die Bucht hinauf zu segeln. Jedoch herrschte plötzlich Windstille, weshalb sie in einer Tiefe von 78 Metern an der Nordseite einer Insel, die sie Long Island nannten und etwa zwei Meilen von der Bucht entfernt erneut ankern mussten. Am folgenden Tag versuchten sie, bei Tagesanbruch gegen den Wind zu kreuzen, da ein sanftes Lüftchen die Bucht hinabwehte. Doch da es bald ganz still wurde, trieb sie die Strömung des Wassers rückwärts und sie gerieten mit dem Heck des Schiffes an einem senkrecht stehenden Felsen, wo kein Grund zu finden war, so nahe ans Ufer, dass der Flaggenstock sich in den Baumzweigen verfing. Sie wurden jedoch mit Hilfe ihrer Boote ohne Schaden wieder davon weggeschleppt und ließen erneut den Anker unterhalb der Stelle fallen, an der sie die vergangene Nacht verbracht hatten. In einer kleinen Bucht an der Nordseite von Long Island. Dort fanden sie zwei Hütten und Feuerstellen, woraus sie schlossen, dass der Ort erst kürzlich von Eingeborenen bewohnt gewesen sein musste. Während ihres Aufenthalts in der Bucht entdeckten sie verschiedene neue Vögel und Fische sowie einige europäische Fischarten, wie die Bastardmakrele, den gefleckten und den schlichten Hunsfisch. Der Kapitän wurde von Fieber und starken Rückenschmerzen befallen, die mit einer rheumatischen Schwellung seines rechten Fußes endeten und vermutlich darauf zurückzuführen waren, dass er so viel im Wasser gewartet war und danach lange Zeit mit nassen Kleidern im Boot gesessen hatte. Dienstag, 4. Mai, Long Island, Neuseeland. In Windstille, aber von ständigem Regen geplagt, warteten sie bis heute Nachmittag in dieser Bucht, als endlich ein leichter Wind aus Südwesten aufkam. Mit seiner Hilfe gelang es ihnen jedoch kaum, bis zum Durchgang zum offenen Meer zu gelangen, als der Wind sich bereits wieder drehte und ihnen so entgegenblies, dass sie an der Ostseite des Eingangs vor einem dichten Strand erneut den Anker werfen mussten. Dieser mehrmalige Aufschub ermöglichte es ihnen, die Küsten zu erkunden und jedes Mal kehrten sie mit neuen Schätzen aus dem Tier- und Pflanzenreich zurück. Nachts mussten sie schwere Windströße mit Regen, Hagel, Schnee und sogar einigen heftigen Donnerschlägen überstehen und fanden bei Tagesanbruch, dass alle Bergspitzen um sie herum mit Schnee bedeckt waren. Um 14 Uhr erhob sich ein sanfter Wind aus Süd-Südwesten, der sie mithilfe ihrer Boote durch die Durchfahrt bis zur offenen See brachte, wo sie um 20 Uhr an der äußersten Landspitze den Anker fallen ließen. Die Küsten im Durchgang waren steiler als alles, was sie je gesehen hatten und bildeten wilde Landschaftsbilder, die an einigen Stellen mit unzähligen Wasserfällen und vielen Drachenbäumen geschmückt waren. Da der Kapitän wegen seines Rheumatismus nicht aus der Kambine kommen durfte, schickte er einen Offizier los, um den südlichsten Meeresarm, der von diesem neuen Durchgang ostwärts ins Landesinnere führte, zu erkunden. Und Georg und sein Vater begleiteten ihn auf dieser Expedition. In ihrer Abwesenheit wurde auf Befehl des Kapitäns das gesamte Schiff zwischen den Decks gereinigt und die Luft durch entzündete Feuer überall gesäubert und erneuert. Eine Vorsichtsmaßnahme, die man in einem feuchten und rauen Klima niemals vernachlässigen sollte. In der Zwischenzeit ruderten die Landgänger die neue Durchfahrt hinauf und erfreuten sich an den schönen Wasserfällen, die auf beiden Seiten zu sehen waren. Sie fanden auch überall gute Ankerplätze sowie Fische und wildes Geflügel in Hülle und Fülle. Im Wald gab es vor allem Büsche. Aber jetzt sah der Wald traurig aus, weil die Blätter fast alle abgefallen waren und die wenigen, die noch an den Zweigen hingen, verwelkt und gelb waren. Man konnte sehen, dass der Winter bald kommen würde. Besonders hier in diesem Teil der Bucht. Vielleicht lag das daran, dass die hohen Berge in der Nähe schon mit Schnee bedeckt waren. Um 14 Uhr steuerten sie in eine Bucht, um ein kleines Mittagessen aus Fisch zuzubereiten und nachdem sie gegessen hatten, ruderten sie weiter, bis es Abend wurde, um in der Nähe des äußersten Endes dieses Meeresarmes auf einem kleinen, flachen Ufer Quartier zu beziehen. Dort wurde ein Feuer entfacht, doch konnten sie kaum schlafen, weil die Nacht sehr kalt und ihre Schlafplätze sehr hart waren. Am nächsten Morgen fuhren sie nordwärts in eine kleine Bucht, wo dieser Seearm nach einem Verlauf von etwa acht Meilen endete. Sie hielten sich eine Weile mit Vogelschießen auf und begannen bereits mit der Rückkehr, als sich das schöne Wetter plötzlich änderte und anstelle dessen ein Sturm aus Nordwesten mit heftigen Windböen und starkem Regen hereinbrach. Sie ruderten so schnell wie möglich außerhalb des Arms hinunter und als sie an der Einfahrt in den Kanal ankamen, in dem das Schiff vor Anker lag, teilten sie den Rest einer Flasche rum mit ihren Bootsmannschaften, um ihnen Mut zu machen. Denn von hier aus bis zum Schiff war noch die schwierigste Arbeit zu bewältigen. Nachdem sie sich gestärkt hatten, setzten sie ihren Weg mit neuer Zuversicht fort. Doch die Wellen, die von der offenen See hereinkamen, waren erstaunlich schnell und hoch. Der Wind, der ihnen nun keinen Schutz mehr vom Land bot, war so stark, dass er sie trotz aller Anstrengungen innerhalb weniger Minuten eine halbe Meile weit weg trieb. In solch gefährlichen Umständen mussten sie ständig damit rechnen, dass das Boot kentern oder sinken könnte. Ihr sehnlichster Wunsch war es, wieder in den Seearm zurückzukehren, den sie kurz zuvor so leichtsinnig verlassen hatten. Mit unermüdlicher Anstrengung gelang es ihnen schließlich und gegen zwei Uhr nachmittags erreichten sie die Nordseite desselben, wo sie in eine kleine Bucht einliefen. Dort brachten sie das Boot so gut wie möglich in Sicherheit und bereiteten sich auf das Mittagsessen vor. Sie kletterten einen öden Felden hinauf und entfachten ein Feuer, um einige Fische zu braten. Doch obwohl sie bis auf die Knochen nass waren und vor Kälte zitterten, konnten sie kaum in der Nähe des Feuers bleiben. Der Sturm wirbelte die Flamme ständig umher und zwang sie, ständig einen anderen Platz einzunehmen, um nicht verbrannt zu werden. Schließlich wurde der Sturm so heftig, dass man auf diesem freien Platz kaum aufrecht stehen konnte. Also beschlossen sie, an der anderen Seite der Bucht Schutz zu suchen und dort ihr Lager aufzuschlagen. Jeder nahm einen Feuerbrand und in diesem furchterregenden Zug eilten sie zum Boot. Zu ihrer größten Verlegenheit stellten sie jedoch fest, dass es im Gehölz fast noch schlimmer war als auf dem Felsen. Hier war es so nass, dass sie kaum das Feuer am Brennen halten konnten. Sie hatten keinen Schutz vor dem heftigen Regen, der von den Bäumen auf sie herabprasselte und der Rauch konnte wegen des Windes nicht nach oben steigen, was sie beinahe erstickte. Weder an Abendessen noch an Aufwärmen war zu denken und so mussten sie hungrig und halb erfroren in ihre nassen Mäntel gehüllt auf dem feuchten Boden niedersinken. So erbärmlich diese Situation auch war, besonders für diejenigen unter ihnen, die sich Muskelzerrungen zugezogen hatten, so war doch jeder von ihnen so erschöpft, dass sie für einen Moment in einen Schlaf fielen. Doch gegen zwei Uhr nachts wurden sie durch einen lauten Donnerschlag wieder aufgeschreckt. Zu dieser Zeit hatte sich der Sturm zu einem vollständigen Orkan entwickelt. Er riss die größten Bäume um sie herum heraus und warf sie mit furchterregend Krachen zu Boden. In Angst um ihr Brot wagten sie sich in der dichtesten Dunkelheit der Nacht zum Strand, als ein greller Blitz den ganzen Seearm auf einmal erleuchtete und ihnen die aufgetürmten Fluten zeigte, die in blauen Bergen schäumend aufeinanderprallten. Mit einem Wort schien jedes Element der Natur dem Untergang geweiht zu sein. Unmittelbar nach dem Blitz folgte der heftigste Donnerschlag, den sie jemals gehört hatten und dessen langes, furchterregendes Rollen von den zerbrochenen Felsen siebenfach widerhallte. Wie betäubt standen sie da und das Herz bebte ihnen bei dem Gedanken, dass dieser Sturm oder der Blitz das Schiff vernichtet haben könnte und dass sie dann in diesem öden Teil der Welt zurückbleiben und sterben müssten. Unter solch ängstlichen Vermutungen verbrachten sie den Rest der Nacht, die ihnen wie die längste ihres Lebens schien. Damit geht der 14. Teil von Georg Forsters Reise um die Welt auf dem Schiff Resolution unter dem Kommando von James Cook zu Ende. Diesen Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf YouTube. Über Feedback freue ich mich. Ihr findet die Kontakte dazu für X, Threads, Mastodon und Facebook in den Shownotes. Wer auch in der Gegenwart mit mir unterwegs sein möchte, dem empfehle ich meinen Reisepodcast Voyage to Go. Dort nehme ich euch mit auf meine aktuellen Reisen, zum Beispiel mit dem Motorrad über die kolumbianischen Anden, an Bord eines Dreimaster-Segelschulschiffs, in den Dschungel von Sumatra oder auf eine Reise von Küste zu Küste durch die USA. Das alles findet ihr im Podcast Voyage to Go, den ihr fast überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Das war also meine 14. Folge unserer Reise um die Welt mit Georg Forster, Captain Cook und der Resolution, auf der wir in den kommenden Wochen gemeinsam unterwegs sein werden. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.